Ampercher Gstanzel Zum Glück gab's da ein Geschäftsführer, der war deutscher Arie, der nahm des Geschäfts gleich in seine Hand, wer schaut um den ganzen Warnbestand. Und die Jahre ziehen ins Land, Wirtschaftswachstum und Wohlstand, doch wie's halt einmal so spielt im Leben, ist der Laden irgendwann pleitig, wenn... Die Sparkasse, die steht vor der Tür, Kaufhaus Stork, jetzt gehörst du mir, das Haus, das ist bankrott schon bald, wer zahlt noch deine Leidenskalt. Der Stork geht in das Forum über, der Sparkassenchef hat sein Handtetl drüber, ein paar Jahre schau ich da noch zu, verkaufen kann ich's immer nur. Der Forumchef hat ein Angebot gemacht, der Sparkassenchef darüber lacht, dein Angebot nützt mir nicht viel, ich hab im Sinn ein anderes Spiel. Im Pfarrkirchen, meiner Heimatstadt, da gibt's einen, der Interesse hat, das ist ein Immobilienhändler, Einkauf, Verkauf in alle Länder. Für zwei Mille wird das Geschäftl gemacht, wert gewesen, war das Kaufhaus acht, doch Bankerhirne denken quer, was wenig scheint, wird ganz schnell mehr. Die Stadt schaut traurig hinterher, hat ja nun kein Forum mehr. Der Händler holt einen Abschreibungsposten, statt fragt, was da noch der Rückkaufposten. Ja, sechs Millionen dürfen's schon sein, da kriegt's die Budestuben rein. Asbest verseucht sind Innenwände, einen Feuerschutz habt's auch nicht kennt. Der Händler tut nicht restaurieren, steht wohl auch nicht investieren. Die Stagnation, die ist fatal. Armes Forum, bist jetzt Stadtdenkmal. Möi! Möi!